Ich spiele auch, meine erst nur das Jagdgewehr spiele ich und hier die komische Mauser oder was das da ist. Die sieht wie die Dolch so irgendwie. Ja genau. Und hast du das Problem? Ja okay, in Überlebensmodus kriegst du glaube ich keine anderen. Das waren die ersten, die ich ja dort in Story-Modus gekriegt habe. Genau. Ja ja genau. Und dadurch kriege ich auch. Und das finde ich schade. Ja. Klasse. Oh sehr gut, danke. Dann kann man die Waffe nicht erweitern, indem von Magazinen oder so bleiben immer bei der gleichen Größe. Ja. Finde ich schade. Torsten spricht nicht mehr mit uns. Ja, der hört, dass wir miteinander über was spielen reden, was er nicht weiß, was es ist. Genau, ich kenne mich damit nicht aus. Ach so. Wie lange hast du es probiert, gegen den ersten Boss zu kämpfen? Oh. Spieler. Wo? Von wo? Den Klauen. Windy One. Mhm. Okay, komm mal. Lass ihn gleich weiterführen. Hast du Heilung hier gesehen? Hast man nicht. Ey, schießt er hier durch die Hütte durch oder was? Dieser Idiot. Chez. Pick. Oh, ey. Let 함 Grundsammlung. Oh, ey. 意HLichie. Anna ist hier schon. Hier ist Heilung. Anna ist Dad. Anna ist Tod. Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht. Kann ich nicht mehr schießen. Hier ist noch ein Team. Ja, komm zurück am besten. Noch einer tot. Okay, da müssen wir kommen. Dann müssen wir hin zu Pascal. Ich hab jetzt aber von zwei Teams hier getötet, von welchen. Ja, gut, aber wir können dich jetzt nicht alleine lassen. Ah, hinten ist einer. Irgendwo ist der dahinter. Und einer ist da. 135 und einer auf 5,30. Hier ist der Tote. Ja, ja, den hab ich gerade erschossen. Einer hat aber einen Romero. Ich hab einen. Saß die fette Saugen im Büsch. Hier ist noch einer irgendwo. Eine rote Frau. Achso. Die müssen wir erst jagen. Erstmal hier heilen. Oder die versucht, den anderen wieder zu beleben. Ja, hier hinten. Scheiße. Gerade, dass ich heilen wollte. Sag mal. So, wir müssen schnell zurück. Heil den mal. Hälf den mal. Ich glaub, der andere wird gerade hier wieder... Ja. Nein, hat er wieder beschafft. Er ist schon wieder tot. Okay, danke. Geht doch. Oh. Wo sind die? Oh, das hat ja meine Knarre genommen, ey. Scheiße. Der kannste wieder, der ist da tot. Ja. Die rote Frau noch. Die holen wir uns, die rote Frau. Die hat gerade wieder belebt, aber ist direkt wieder gestorben. Lass uns gleich looten. Ich glaub, kein Album mehr. Oh ja, ich brauch bessere Waffen. Hier ist Sparks. Oh, nice. Hier drin ist die wohl. Ja. Da drin? Na, warte. Ja, ja, die will wieder beleben. Sicher in dem weißen Ding? Ja, denk ich. Tot. Sehr schön. So, zwei Teams tot. Nur ein Team kann leben. Echt? Geil. Das waren ja alles Fettsäcker. Ja. Guck mal, wegen der ersten, ne? Also die anderen. Ja. Prr. Hier ist Heilung. Boah, alles nicht. So, der liegt so beschissen. Da kann ich entweder nur die Waffe oder die andere Waffe, aber nicht den Typen an sich. So, jetzt spreng ich den Fettsack da weg. Alter, der wurde auch schon zweimal geplündert. Wer hat den denn schon so schnell geplündert, ey? Auch schon geplündert? Auch schon geplündert? Hä? Habt ihr die so schnell geplündert? Wo bist du? Bist du die Eins? Ja, äh, keine Ahnung. Bestimmt das andere Team. Ne, ja, ich bin die Eins. Ja, wir waren dahinten schon plündern. Ich komm gerade vom Plünderfeldzug zurück. Okay. Aber beide? Ach, wer warst du ja auch das andere Team? Hm. Ne, 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 ne. Ihr habt die, ihr habt die doch alle erschossen. Dann müssen wir die alle schon ausgenommen haben wie der Weihnachtsgans. Ich bin auf Kämpfe, ihr seid schön am Plündern, ey. Ne, ich hab erst nach dem Dings geplündert. Nach der Schießerei. Lass den Baller rumballern. So, zu atmen müssen wir. Oder ist hier der Blue? Ne. Nur ein Team nur noch. Na dann, holen wir uns die. Das war doch jetzt mal wieder eine gute Runde, ne? Ich meine, wieder bloß mein Applikator. Jetzt sind wir noch nicht durch. Jetzt sind wir noch nicht durch. Oh, da wird geschossen. Ich will auch. Habt ihr schon Sicht? Ja. Ja, natürlich. Die haben keine Ahnung. Doch, die haben auf Versuchstelle auf uns gescheitert. Oh, davon keine Ahnung. Die müssen unter dem. Pass auf. Hör mal. Na, wieso triffst du die denn nicht, ey? Ja, ich. Wie gesagt, ich treff. Einer ist hier unterm Haus. Ja, sag ich doch. Einer ist seitlich. Schön, nochmal. Nochmal. Sehr schön. Einer ist hier noch Zeile 300. Ja. Meine Güte. Lasst mich leben. Scheiße. Kannst du mich aufheben, bitte, Matthias? Ja, warte. Du bist gerade da hinten bei mir, danke. Ja, pass auf, da ist ein Zeilen-Typ, ne? Oh. Ja, aber wir haben ja mehr Möglichkeiten, wenn wir zu dritt sind. Ja, aber... Zeilen-Typ musst du, nachdem du dich erhältst, musst du den dann fertig machen. Er hat einen Hit. Sehr schön. Ja, warte, ich muss mich jetzt fallen. Mann, Dreckszombie. Wo ist der denn? Das ist ein Zeilen-Typ, da hinten. Krass, den müssen wir erst erledigen. Er hat einen Hit mit der Sparks, also... Da ist er. Da läuft er. Da vorn. Ja, ist hinten ein Zaun. Lass uns den Karsten wiederbeleben. Ja, hol mich den, Matthias. Ja, beide, 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 beide. Nee, nee, beide. Einer muss decken. Weil da einer hinten auf dem Mitte Springfield noch schießt. Ja, müsste die anderen verbrennen, dann. Okay. Macht mir, ich denke. Ja, naja, die sind gehittet. Wenn sie die wieder aufheben, sind die mit einem Treffer eh wieder weg. Okay, danke. Wichtig war jetzt, dass wir dich dann wieder ins Boot holen. Ja, das stimmt. Hat einer was zum Brennen? Nee. Ich guck gleich mal nach, ich hab vielleicht was. Nee, ich hab nichts. Nee, ich hab auch nichts mehr. Also, wie kann man denn mitten im Kampf, beide Schießereien, unterm Haus gehen? Da ist man kaum, kann man sich nicht bewegen, nichts. Wo hat der? Wo gehen welche rein? Ich hab keine Ahnung. Der ist im Haus irgendwo. Nee, unten drunter. Oh, er sitzt dort. Oh, ah. Wo denn? Er saß da am Fenster, neben dem Fenster direkt. Ja. Unter der, unterm Pavillon, also unter dem Drom dahinten. Da drüber ist er. Hm? Wie gesagt, einer ist unter der Terrasse. Unter der Terrasse hier direkt. Ich glaube, da ist ein Turm rein. Kann einer den anderen abbrennen? Damit sich nicht einer den wiederholt. Ah, warte. Wer sagt, weil die Chess-Hombies denken, oh, ich hab's doch in der Tasche. Hm. Oh, ey. Man schleicht sich dran, dann kommen Zombies und greifen einen an. Ed-Zent, ey. Ed-Zent, sag ich dir. Warte mal, bin ich doof, oder was? Wo ist denn der? Da frag ich mich grad auch. Ist der auf dem Turm? Ich schmeiß mal Dynamit hoch. Der muss oben sein, ja, ja. Ja, der ist runtergesprungen. Okay. Der hat mir abgeteilt auf dem Dach. Denkt dran, dass nicht der Typ hier wiederbelebt wird. Ah, scheiße. Ja? Ey, gibst du nicht hier. Okay. Da ist's geil. Da ist so einer. Boah, hab ich mich gedacht. Jetzt sind alle Teams tot. Ja, wenn der eine nicht wiederbelebt worden ist. Ja, Matthias war unser Retter. Oh ja. Puh. Gott, ich hab das eigentlich Balken. Scheiße. Lootet mal. Ne, jetzt kann Pascal mal looten. Ich hab ja vorhin schon. Da kommt Pascal. Das war ja knapp, ey. 500 Dollar. Wuhu. Cool. Ah, siehste. Ich hol gleich eine Fackel. Die fackel ich ab. Hier ist eine Kasse. Mhm. Ach, nee, Carsten hat ja genug. Ja. Matthias kann. Matthias. Wo ist der andere, den du gelootet hast? Wahrscheinlich runtergefallen, oder? Ja, ja. Ich hol mal den Clou. Hast du die Kasse genommen? Nee, ich bin gerade auf dem Weg. In diesen Häuschen. Ich hab die vorhin schon entdeckt. Okay. Ich wollte sie bloß im Kampf nicht nehmen. Das sieht immer so doof aus. Scheiße. Och. Immer nehmen. Das können wir alle machen. Ja, wir haben ja... Ja, ist ja gut. Und wir haben... Frei. Wir haben alle drei Teams stattgekommen. Ja. Ich hab keine Inzien. Ehen halt getötet. Ehen vielleicht. Gott. Ja, Mann, schon ist das so, Carsten. Mhm. So, wir nehmen jeden Dicken mit. Ja, da oben. Gold am Morgen. Wir nehmen jeden Dicken mit, den man nur... Das muss ich auch passen ins Bild nämlich. Ja, du kriegst ja deine Balken wieder. Du gehst mit Vollleif wieder raus. Wir können... Ohne Angst können wir jetzt hier rumrennen. Wahnsinn. Schön langsam. Oder warte, kann einer noch gucken, ob der unter der Terrasse tot ist? Ja, ich guck noch mal. Du weißt, wo der ist, ne? Ja. Da lag Ena, glaube ich. Also, der muss, wenn der weg ist, dann... Doch, in der lag da. War der so dunkel gekleidet? Nee, der liegt noch da. Der liegt noch da. Gut. Dann sind wir alleine. Dann müssen wir keine Angst mehr haben. Oh, 16.922. Ich war am nächsten Rand. Ja, ich bin ja alle nicht schlecht gewesen. Das ist ja... 10 Kills. Oh, Wahnsinn. Ey, sogar noch mehr. 18.000 haben wir sogar. 18.600 haben wir. Ich hab' 17.122. Ja, ich hab' die 10% drin, also... Ich weiß nicht, ob du das machst hier jetzt, ne? Ich hab' 16.800. Naja, ich hab' die 10%. Aber 14.000, äh, 1.400 Dollar. Ich hab' 2.000, äh, 1.937 Punkte. Also, Eigenschaftspurte. Freischaltung ohne Ende. Sieg wird nicht freisch. Aber krieg nicht aufpering. Immer gut. Und dann! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. neutre,